damit auch schon ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge ich glaube das ist es die achte ich bin mir sogar zu sicher hoffe ich doch werde ich doch wohl hoffen haben wir sie gerade gerammt naja wie es aussieht ich bin gerade viel zu weit hat er gar nicht gesagt wir sind gerade viel zu weit Richtung Strand gefahren und jetzt werden wir erstmal hier die Schiffe versenken falls wer fragt warum wenn wir können sie präsentieren sich uns lasst sie dafür bezahlen da ist sie am schlechsten wir treffen gleich auf Captain ein paar Treffer hier und sie brennen so drehen und sie präsentieren sich uns lasst sie dafür wir entern Captain das ist aber jetzt müssen wir erstmal so eine Drehung sehr sehr anstrengend komm schon immer für mich enthalten in den kindern bis dahinten lassen wir glaube ich bin jetzt zu weit weg er ist mir gesagt wir werden auf sie treffen schweizend diesmal machen wir das auf eine andere Art und Weise das ist jetzt ein bisschen einfacher haben das das schweizend schatten und darauf wie wir das immer machen sollen ich bin ja er für das normale in der als für das was wir gemacht haben das spannender ist aber es gibt die entscheidende wird über schnell haben wollt für ihn interessiert oder was auch immer große schiffe werden wir schlechte normalen ändern entern nicht ändern aber jetzt machen unsere mission auf da werden wir es hinreißen diese kleine Schöne Insel große Schöne Insel mit irgendwie komischer Textur akzeptieren Nassau wir reisen nach Nassau eine Priatenstadt wenn ich das richtig verstanden habe und da werden wir jetzt auch schon Spaß haben da gucke ich eben nochmal kurz nach alles läuft alles ist fresh ich finde sowieso der Ladescreen ist so geil ab zur Sonne ich verstehe es nicht wir rennen aber wir kommen nicht näher schon so mysteriös nicht wahr Leute das lädt und das lädt schrecklich warum habe ich denn so lange Ladezeiten und jetzt sollte es weiter gehen wenn Schweichern kommt dann geht es meistens weiter nach Nassau Bahamas September 7 Na los Captain Kilbock sag mir ich stehe unter Rest sag es deine Brüder flieg davon Würschchen zurück zu deinem Herrn Hi ich war mit ihnen auf Kaperfahrt bis der Krieg beendet war ich sehe dich an Land So und da sind wir auch schon auf Nassau, wie man schon sieht, haben wir noch gar nichts gegründet, aber hier gibt's Krokodile, was ja sehr angeeilt ist, da wir ja Krokodil-Leder brauchen für Munitions... ne, Dings, wie heißt... Sogar ein Leck, Fail, ähm, für Pistolenhalterung. Hier kann man jetzt eine Todesmission annehmen, aber ich will die Hauptgeschichte gerne weitermachen. Eine Runde. Schicke machen, ernsthaft. Achso, da sind wir auch schon. Hier vorne bei uns so'n schönen Kumpan hier. Die Musik ist wunderschön. Mein Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trinkt mit uns! Guten Morgen! Ahoi, Henry. Jetzt ganz. Adevali, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw. Du hast deine Brick nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konfederation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kitt. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um mein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Doch sei vorsichtig. Vor zwei Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Ich vermute mal, wir müssen jetzt Leute anheuern. Das kann man natürlich nicht wissen, aber... It's sehr offensichtlich. Crew der Jackdaw. Boah, die Anzeige representiert die Stärke ihrer Crew. Ihre Crew ist eine sehr essenzielle Ressource, mit deren Hilfe sie gegnerische Schiffe plündern können. Für größere Schiffe benötigen sie auch eine größere Mannschaft, um sie zu entern. Okay, wusste ich nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, neue Besatzungsmitglieder anzuhören. Sie können Seeleute in der Taverne anhören. Oder sie können Piraten in Not helfen. Also vermutlich jetzt mal auf See. So, aber... Jetzt ist erstmal... Lass mich zu. Okay, Piraten rekrutieren. Das sind diese komischen Zeichen. Dann werden erstmal komplett direkt. In die Richtung. So, da oben. Scheint schon zu sein. Kletterscheid. Suchen wir uns mal so einigermaßen anzuschleichen. So. Mit E lässt man sich runterhängen. Aber für was häng ich runterhängen? Ich schaue mich hoch aus. Und da haben wir auch schon zwei neue Crew mit... Vier neue... Was ist denn los? Vier von 15. Heißt, wir müssen jetzt nochmal nach da vorne. Da wir ja noch mehr brauchen. Einfach... Schon geil gemacht. Muss man sagen. Auch wenn ich die alten Teile ein bisschen mehr feiere. Als der hier. Als den Teil 4. Muss ich sagen... Es hat so seine Stärken. Oh! Schade. Komm schon. Komm schon. Ab nach da geradeaus. Seht schon. Da oben ist der nächste. Oder? Jo. Ich glaube. Ah. Ich kann mich erinnern an welche Mission das ist. Ich kann mich sehr gut dran erinnern. So und jetzt die zwei da vorne. Ne? Er weiß natürlich jetzt nicht mehr wo ich bin. Ah. Ah. Warnung. Am Menü werden um zu interagieren. Das haben wir jetzt geschafft. Da schießt jetzt nicht auf mich wenn ich die... Geht auch. Geht's dir noch gut? Komm. Ich kann dich doch dann ganz bestimmt easy tönen. Zack. 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 Damit wird er auch schon down. Dann fragen wir gleich doch schon mal die nächsten. Und den haben wir uns ja vorbeigeschlichen. Ja. Muss ja auch nicht sein. Wir sind zwei nette Menschen und würden das nicht tun. Das ist zwar. Sie sind nicht so ganz auffällig. Da hoch müssen wir. Das ist schon. Zack. Mach die Wachen weg! Kleines Piratendörfchen Und ich frag mich, was da oben in der Burg ist Oh, das war eine verdammte... Wow, wir haben's überlebt! Ich dachte, das wäre eine verdammte O-WD Die Hinrichtung erreichen Okay, scheinbar müssen wir noch den letzten Piraten von einer Hinrichtung befreien Scheint mir zu Ähm, werden wir natürlich auch kommen Und die Menü, das seht ihr schon Die ist jetzt ein bisschen besser, das ist echt, ja Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hin Den Piraten befreien, bevor er gehängt wird Die Kapitänien befreien Lebt das Blut vieler Unschuldiger! Zu vieler! Oh, kontern! Komm schon! Good job! Kontert! Nein, nein, dich wollte ich nicht angreifen Zack Zehn Luftdaten hat er ausgeführt Diese Herausforderung war ja ziemlich einfach Crewmitglied an... Ach, naja Nicht mehr lange und gut gemacht, Edward Hm, er kennt meinen Namen Komischer Kerl So, und das nächste Missionsziel ist jetzt die Taverne zu erreichen Ist jetzt nicht gerade so schwer Oh! Was war das? Sind gerade um die Ecke geschwungen Ab über den Baum Oh, nach längs Karadaus Hier hinüber Die hatten halt Mission Weiß nicht Wenn man die halt annehmen, dann wird die uns ganz links angeblendet Ich mag sowas generell eigentlich nicht Aber jetzt geht's erstmal zu der Mission Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab, mit irgendeiner Art Schatz darin Sieh mal, das ist es Ha, Rotz Dann sind hier Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Dutch Zehntausendmal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erwarten Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier Das ist keine Beute, sondern Fantasie Das war aber zum Beispiel Ich bin jemand Ich bin jemand Ich bin jemand Nein du Der ist aber gerannt Er wurde ergerannt Er wurde ergerannt Er wurde ergerannt hieß in der reine würde das tötet er das los das war es auch schon für diese folge dann die letzte folge sprinter wird das kinder selte ich hab's immer falsch ich sag immer sprinter sein obwohl splinter spiel damit hält ich hoffe ihr habt spaß bei dieser folge die machen wir jetzt ein bisschen kürzer weil die letzte folge splinter sel ja so lang war sag ich jetzt mal und sie war echt geil wer vorbeischauen will grad auf meinen kanal auf videos und ist auch das letzte alteste das video das als letztes ne letztes kam vor diesem video äh part nummer 2 von splinter sel dann ist noch ein blatt ich will jetzt eins davon haben manno komm schon das wollen wir jetzt noch zum abschluss wenn wir es überhaupt noch kriegen was irgendwie nicht so scheint komm schon komm schon okay hier auf dem baum beenden wir jetzt diese folge das war's und wunderschön sieht verdammt geil aus muss ich zugeben ich hatte spaß ich hoffe ihr habt ebenfalls spaß damit verabschiede ich mich auch schon und ciao wir sind hier auf dem wir sind hier auf dem wir sind wir sind hier auf dem Vielen Dank.